ja hallo ich meine willkommen zurück zu let's play escape ja nicht wundern vielleicht kann sein dass gleich russ dann auch dazu kommt der ist nämlich jetzt auch noch da und er hat das letzte mal muss das richtig ja das erste mal hat ja markus das ganze backtracking gemacht ich werde mich erst dran machen das spiel abzuschließen und schauen wir mal wie das ganze wird und daher muss ich natürlich erst mal wieder in die steuern finden und so und daher das ist auch nicht funktioniert ich habe immer noch keine kontrolle weil ich bin noch nicht reinkommen sind dafür von daher aber so jetzt kommen wir mal wie das ganze jetzt wird das kann was werden das kann was werden auf geht's die menschen feinung geht doch jetzt speck da null auf null null münzen und nun geht's up Sie ist sehr stark. Warum benutzt du diese Macht andersrum? Ich würde lieber helfen meinen Freunde, als sie schlussieren. Ich hätte niemals einen Professor verletzt, um dich zu helfen. Du bist ein Kind. Du hast mich gefragt. Ja, ja, du bist so laut. Ich habe noch eine andere Frage. Was jetzt? Wie ist der Mann, der mich gegründet hat? Was? Du meinst den Breeder im Parken? Ja. Spectre, von einer Chance, du willst zurück zum Parken? Ich denke, der Breeder wird dir, wenn du entsprachst. Was? Was bist du? Was bist du? Ich habe dir gesagt, ich liebe diesen dunklen Ort. Erstens, warum muss ich mich entsprachst? Ich habe eine Super-Power gewonnen. Ich kann alles machen, was ich mit diesem Power zu machen. Das Power ist sinnvoll. Du bist kontrolliert durch den Peak-Point-Helmet. Geh das Ding weg, Spectre, und gehen wir zurück zum Verletzungspark. Hör auf! Ich werde die Großartigkeit dieses Power prüfen, indem ich dich jetzt schlussieren. Wenn ich gewinne, werde ich den Helmet wegnehmen. Ich... ich werde nicht verlieren. Okay, das ist ein Wettbewerb, Spectre. Hier komme ich. Jetzt ist das Ding quasi so schlecht. Okay, mal gucken, was das Ganze jetzt wird. Final Boss Battle. Ähm... Was machst du? Oop! Aua! Ähm, die hätte ich da ausweichen sollen. Okay, was muss ich machen? Muss ich da irgendwie... hinlaufen oder so? Ich habe keine Ahnung. Äh... ja. Hm. Aua! Von wegen her ist es einfach... Ja, verdammt. Ja, wenn die Scheugen mal mitmachen würde, verdammte Kacke nochmal. Wollt mich doch verarschen, ey. Ja, wie soll das funktionieren, wie... äh... schlecht. Okay, ich glaube, ich werde jetzt mehr Versuche für den Kerl hier brauchen. Ah, da. Oh Mann. Oh Mann, der mischt es sogar. Gut. Okay. Ich glaube nicht, dass ich das hinkriegen werde. Verdammt. Ähm... Wenn man eine Steuerung mitmachen würde, wäre es eine gute Sache. Aber die macht es natürlich nicht. Blöder Kerl. Ich hasse dich. Ah, du blöder Fixer, ey. Was soll denn die Scheiße? Ja, wie soll ich ihn da bitte erwischen? Ernsthaft? Äh... Ah, ja, du. Aha. Ja, wow. Und du? Äh... Ich hab keine Ahnung. Ja, nicht gesagt. Hallo? Oh, fett dich, Alter. Mann. Spike, du voll dort. Ah... Okay, jetzt weiß ich, wenn es nahermaßen wieder angegangen wird. Ich muss einfach nur wahrscheinlich da aufstehen, wo er dann den Kram gemacht. Ja, dann kann der mich nicht erwischen. Das ist gut. Das ist richtig gut. Wenigstens kann ich auch nicht runterfallen. Das ist auch schon mal gut. So, wo teleportest du... Dein teleportest du dich. Okay. Ist aber auch zu weit weg. Ach, vielleicht muss ich den Slingshot benutzen. Warte mal. Ähm... Gadget... Slingshot... Ähm... Seeker weg dafür. Hallo, Wichser. Fick dich. Ha! Okay. Okay, okay, okay. Ach, nochmal. Ach, scheiße. Okay. Oh... 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 Kurze Pause. Äh, ja. Der Rüste ist gerade gekommen. Ah, ich... Ich nehme schon auf. Ich nehme schon auf. Ich nehme gerade schon auf. Du nimmst aber, du strebst dich. Nein. Und dann... Ja. Ja. Ich... Ich habe... Darf ich ihn auch mal erwischen? Schade. Mist. Da ist er jetzt. Noch ein bisschen beeilen. Oh, das konnte... Knapp werden. Oh, springen. Okay. Und jetzt... Ich bräuchte mal Kicks oder sowas. Zufälligerweise. Das wäre ganz gut. Ich glaube, der Allwischen will ja nicht. Ah. Na, geht doch. Geht doch. Na, Franchen. Ja. Na, was macht der erst? Was macht der erst? Was macht der erst? Warte mal. Äh, jetzt steht er wusste schon wieder. Damit brauchst du nie an. Du hast du bin schon eingeräumt. Ich habe die ausgemacht. Achso. Stimmt ja. Aua. Du, du der Wichser. Oh. Kekse. Ja, und du? Äh. Ich habe bloß keine Ahnung jetzt, wie ich ihn jetzt fangen soll. Ernsthaft. Einfach fangen oder was ist los hier? Ich habe keine Ahnung, Leute. Wäre es halt viel zu schnell, muss ich da ein Schalsbruder-Hoop-Dinges holen. Ah, jetzt. Aha. Okay. Ah. Ja, super. Äh. Super-Hoop. Würde ich mal meinen. Aha. Okay. Ach. Das ist schlecht. Aha. Okay. Ja, komm schon. Aha. Nee. Ach. Scheiße. Knapp. Verdammt. Okay. Okay. Die Steuerhuse in den Wörter. Oh, sag ich. Oh, ich brauche einen Keks. Danke, danke, danke. Okay. Das ist gar nicht so leicht, aber okay. Ah, du Dreckskerl. Nein, ich habe doch, verdammt. Was? Was soll denn das? Muss ich das mehrmals machen, oder was ist hier? Aua. Oh, Keks. Äh. Komm schon. Ja, toll. Jetzt geht doch. Ich muss hier ein bisschen ausweichen. Dann muss ich ihn wahrscheinlich nochmal einmal treffen. Okay. Ich muss ihn nicht fangen, oder so. Ich muss ihn dann treffen. Ah, schlecht. Schlecht, 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 schlecht. Aua. Ah, gut, dass ich vielleicht noch einen Keks bekommen habe. Dann komm schon. Benutzt doch das Ding, verdammt. Aber benutzt er das manchmal nicht. Die Steuerhuse ist ja echt ein bisschen... Ah. Ah, verdammt. Ich wollte doch den Kulohu hier. Ah, verdammt. Ich drehe einen verrückter, aber manche nimmt das trotzdem nicht an, komischerweise. Das ist ganz, ganz, ganz komisch. Äh, wie gesagt. Aua. Ich bräuchte HP. Äh. Geht doch. Ja. Geht doch. Mist. Nicht schon mal irgendein Ending. Schön. Das gibt grad nochmal eine 6 auf der Benotung. Äh. 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 Jetzt kann's doch... Da kommt doch bestimmt noch was, Leute. Jetzt kann's doch nicht sein, dass da jetzt Speckler gefangen wurde und die... und ich noch irgendwie ne... Zwischensdefence kommt. Ich wette mit dir darum, dass entweder du oder ich gleich runtergehen müssen und sie Drohnen-Tee machen muss. Ich wette, davon kann ich nichts mehr. Antra? Äh. Wenn ich recht hab, musst du runtergehen, Teehund. Ja. Mach ich nicht. Du hast ja nur Schiss, dass ich recht haben kann. Du kannst das auch runtergehen. Was du eh nicht viel kommentiert, kannst du das auch, äh... Ich hab eben grad was kommentiert, also das ist ja schon mal Fini, oder? Ja, wow. Wow, wow, wow. Ich erinnere sowieso gleich noch die Bewertung auf von dem Spiel. Oh, nein. Äh. Auch wenn die Nähe so nicht gut aus sein wird, wahrscheinlich... Meine Bewertung ist auf jeden Fall schon mal ne... Sechs... ...wann da Affen dran kommen. Ich hasse Affen. Das ist schon mal die erste Grundvoraussetzung, in der negativen Bewertung bei mir zu bringen. Das ist aber keine... Keine gute... Kein guter Grund. Ey, ich bin ja auch nicht derjenige, der hier bewertet mich. Sag nur, ich würde es so bewerten. Ich bewerte es ja nicht. Aber... Da ich es ja nicht bewerte, kann ich hier voll und ganz meine Meinung so ausdecken. Ich hasse Affen. Und diese Affen bewegen sich im Spiel dermaßen was von... Behindert... ...dass man einfach nur ne scheiß Rot auf die Viecher kriecht. Und mit ihren rummischen Augenbewegungen... Ohhhh... Und die gucken sich gar nicht an, weil die haben die Augen zu. Dann guck mal wer an, ihr müsst. Dann weißt du ja nicht, dass das... 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 Da haben die zwei Augenlider. Ein Augenlid geht nach oben. Das andere Augenlid geht nach oben. Hör auf. Hat einfach die Klappe, ja? Ja... Ich bewerte... Ich beurteile das aus meiner Erkenntnis... Sony Computer Entertainment Inc. Ja... Das ist ein ganz böser Tag von euch gewesen, wie ihr das Spiel rausgebracht habt. Ja... Bloß sind noch zwei Teilchen dabei rausgekommen. Die müssen doch irgendwie erfolgreich gewesen sein. Die Reihe. Ja... Und die haben mit Augenkraft versucht irgendwie noch Geld auszukriegen. Nee... Ich glaub das ist erfolgreich gewesen, weil... Der würde es sagen, ist er von den Spielen jetzt schlecht. Das ist es ja, ne? Aber... Die Steuerung macht's halt. Vielleicht ist sie in der zweiten... Zweiten und dritten... Oh, da kommt sie aber da. Oh, die Zeit! We better hurry or we'll be late. Hey, that's not fair Spike! Wait for me you two! I said wait! Äh... The End. Und... Das... Warum aber... Er gesagt hat... Oh, es ist spät! Oh, ich komm zu spät! Ich komm irgendwas zu spät! Keine Ahnung, deswegen... Ich muss sagen, die Main finde ich sehr catchy. Ne? Also... Wie gut, dass wir nicht gewettet haben. Selbstgegeben, der hat ja auch in den Meldrück gehabt? Ja, natürlich! Also, wie gut, dass wir nicht gewettet haben. Jetzt kannst du trotzdem Tee runterholen. Nein! Du hast die Wette verloren! Du bist derjenige, der das mixt, also! Ah, verdammt! Das hab ich doch wieder getrun... Gedrückt! Ich mach das doch nur wieder! Nein! Du... Wo ist das denn Tee? Weil ich will den gar nicht aufnehmen! Was kriege ich denn dafür, dass ich den Tee hole? Ich versteh dich ganz sowieso nicht, also! Ja? Ich versteh dich grad nicht! Ja, schön! Ich hab was auf den Ohren, genauso wie du! Ja! Ja, gut, Leute! Das, was es mit App es gäbe... Viertelstunde sogar! Dachte ich nicht, dass das so... äh... so... 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 ich hab' eher gedacht, dass das... äh... länger dauern würde, das weg zu fangen, aber... naja... Hätte man das jetzt erledigt. Epp escape! Und... ja... Wollen wir schnell das Intro... Dieses scheiß Apfel... Ja, das war's. Also anstelle vom Netz hätte ich ja als Designer, weil ich ja auch nicht so gut mag, den Baseballschläger mit Stacheldraht gegeben. Das wäre für mich angenehm gewesen. Halt einfach die kleine Rüste, ja? Nein, das ist meine Meinung. Gut, Leute, ich mache jetzt Schluss, wie es dann ist. Jetzt, da Ebriscape vorbei ist, bin ich das wieder dran mit aussuchen. Aber das heißt jetzt, jetzt kommt erst mal Legend of the Gaia, nämlich. Das wird erst mal fertig gemacht. Nämlich die Aufnahmen, die ich ins Trio gemacht habe, kommen jetzt erst mal eine ganze Weile und dann wird auch Markus aufnehmen. Und ja, man sieht mal wieder hier bei der Gruppe, die hier existiert, die Neulinge. Die haben neben den alten Luxplayers sitzen. Und vielleicht höchstens dürfen sie an einen Apfel rumnagen und vielleicht mal einen Feed von ihnen geben. Ja, ähm, schönes Spiel. Ich habe sehr stark hier an dem Projekt mitgewirkt. Das sieht man auch jetzt, dass ich beim Ending extra dafür klein besucht habe. Halt einfach die Klappe, ist doch okay. Nein, gibst doch zu, dass du mich eingeladen hast, weil ich so wichtig bin bei den Ending. Nein, habe ich nicht. Das ist ja auch kein einziges Mal, ich bin das ja nicht wichtig. Nein. Tschüss, Leute. RFTD, wo ihr abläuft. Wiedersehen. Tschüss.